Die klassische Saugnapfhalterung für Navis ist nichts, wenn man häufiger mal den Wagen wechselt. Besonders praktisch dafür und extra für Navgear-Navigationsgeräte ist diese kleine Blendenhalterung. Klemmen Sie die Halterung einfach auf die Sonnenblende. Das klappt immer. Ihr Pearl- oder Navgear-Navi können Sie einfach in seine Originalhalterung belassen. Diese stecken Sie samt Navigationsgerät auf die Blendenhalterung. Das volldrehbare Kugelgelenk gewährt immer optimale Sicht aufs Display. Auch bei heruntergeklappter Sonnenblende. Der Blendenclip hält Ihr Navi sicher an Ort und Stelle und sorgt für genug Überblick. Und wenn Sie mal das Fahrzeug wechseln, dann nehmen Sie ihn einfach mit.